Eine Batterie? Ich habe eine Batterie gefunden. Ähm, naja, gefunden, okay. Moment, ich habe eventuell eine Idee. Können wir damit... Okay, können wir dann auch damit... Können wir das jetzt aufmachen? Dann können wir hier jetzt die Batterie reinstecken. Oh, okay, okay, okay. Perfekt. Können wir hier drehen? Okay. Ah, okay. Jetzt? Wer ist hier der Rätselmeister? Oh, unsere Eltern! Hallo, Mama. Seid ihr? Klar! Oh. Wer hat die... Ich habe diesmal nicht auf die Tabletten gedrückt. Mami, Papi, wer hat euch das angetan? Warum seid ihr hier? Bitte sagt es mir. Ah. Okay, wir waren jetzt plötzlich in der Welt. Okay, da ist Wasser. So geht das wieder aus. So können wir es drehen. Und was ist das Symbol? Ich glaube, es ist mit etwas verbunden. Was macht man hier mit Windmusik? Hallo? Niemand drin. Ah, okay. Es gibt verschiedene Einstellungen. Okay. Jetzt vielleicht? Na, okay. Aber wir haben noch das hier. Ach, guck an. Immerhin haben wir jetzt wieder Wasser. Äh, können wir das irgendwie? Nein? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Tabletten wieder aus. Ah, das Wassersymbol ist immer noch da. Das geht auch immer noch. Das geht auch immer noch. Was ist hier mit? Äh, ich habe, das habe ich in Filmen gesehen. Der Dieb weiß immer was. Ach, ein, 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 ein Schloss. Ach so, okay. Reset-Knopf. Okay, 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 okay. Ähm. Eins? Nee, das ergibt ja keinen Sinn. Ich dachte wegen den Zahlen da unten, dass da irgendwie eine Kombination bei rumkommt. Aber wir haben ja noch nicht mit unserer Fähigkeit geguckt. Ähm. Tut mir jetzt schon mal leid für die nächste Ansicht. Okay. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Entschuldigung. Okay, jetzt Hasi nicht aber auch. Aha! Okay, jetzt sind hier so Pfeile dran. Ich schätze mal, dass es dann... Jetzt jetzt Lösung. Okay, das war die Eins. Als erstes Acht nach rechts. Was war die Zwei? Da hinten ist die Zwei. Acht nach rechts. Da ist er davor. Vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig oder beides. Ähm. Hungrig. Können wir... benutzen? Aha! Zwei. Acht nach rechts, fünf nach rechts. Waren doch acht nach rechts, ne? Acht nach rechts, fünf nach rechts. Acht nach rechts, fünf nach rechts. Ähm. Ich glaube, ich muss mir das aufschreiben. Ähm. Acht nach rechts, fünf nach rechts. Acht nach links. Ähm. Weiter geht's. Sechs nach rechts. Sechs nach rechts. Und zu guter Letzt... ...neun nach links. 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 So. Ich hab mir das hier einmal auch so ne... ...Karteikarte geschrieben. So. Dann würde ich sagen, probieren wir das. Mann, warum hast du Edvard erschreckt? Naja, du bist sehr süß. Mua. Vor allem das so lieb. Können wir hier irgendwas aus der Welt jetzt nehmen? Hm, hallo? Bist du Edvards anderer Kopf? Ich mag den Hut. Okay. Können wir nochmal so ne Möhren nehmen? Ja, perfekt. Hm, lecker Möhren. Perfekt. Ach so, falls wir ihn bestimmt nochmal nach unten schicken müssen. Alter. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir nach oben. Mua. Süß, unser kleiner Helfer.